So, da sind wir im LP und jetzt geht's direkt los hier. Richtig! Dass wir dort ankommen. Ach, da bist du erst. Ja, ja, ich hab nur das eben aufgezeichnet, wo ich mein... Okay. Ich bin schon nix weitergegangen. Ach. Überhaupt jemand da? Ja, willkommen, hallo. Jeder hier im Tempel freut sich darauf, euch kennenzulernen. Sicher, dass jeder sich freut. Mich zu sehen? Eure früheren Meister loben eure Kampffertigkeiten. Niemand freut sich, dich zu sehen, das ist es ja. Da! Ja, ich... ich hatte gute Lehrer. Nein, ich bin ein guter Lehrer. Ich hab sie alle besiegt. Wer seid ihr? Verzeihung, wir wurden einander noch nicht vorgestellt. Wer bist du eigentlich? Wer bist du? Oh, tut mir leid. Darren Weller, Wächter des Trainingsgeländes. Ich begrüße neuer... Oh, diese Tipps sind ja so nervig, wa? Der Jedi-Rat wird euch einen neuen Meister zuweisen, der eure letzten Prüfungen überwacht. Ähm... Das fühlt sich nicht, wie ihr euch nicht vorstellen könnt. Wally, muss ich gleich mal lauter machen. Oh mein Gott, dann mach ich mal so lauter. Vor allem werdet ihr alles über euch selbst wissen. Ja, kommt von ihm an. Ich brenne darauf, mich diesen Prüfungen zu stellen. Wo soll ich beginnen? Dort ist ein Gleiter, der euch zum... Moment. Ich empfange einen Notruf. Fleischräuber mit Blastern? Er muss sich irren. Oh, nom nom nom. Tut etwas! Man konnte den Blasterbeschuss sogar hören. Geht und helft! Beruhigt euch, Padawan. Stürzt euch nie in einen Kampf, ehe ihr euren Gegner kennt. Fleischräuber sind ein Volk feindlicher Eingeborener. Sie sind schlau genug, um Werkzeuge zu benutzen, und gewalttätig bar jeglicher Vernunft. Ich schicke sofort jeden kampftauglichen Jedi zum Trainingsgelände. Vor allem euch. Was macht mich zu etwas Besserem als die anderen? Ihr wurdet für solche Gefahren ausgebildet. Ich weiß, ich kann mich auf euch verlassen. Nehmt den Gleiter vor dem Trainingsgelände. Schlagt die Fleischräuber zurück und findet heraus, ob sie tatsächlich moderne Waffen benutzen. Geht. Ich warne den Rat und schließe dann zu euch auf. Möge die Macht mit euch sein. Ach, endlich mal wieder hier das Spiel, ne. Ich hab's ja so lange nicht mehr gespielt. Was? So, aber ist das die Option? Äh, SIFTOR! Hast schon mal gespielt? Jaja, ich hab's schon mal gespielt, als es noch nicht Free2Play war. Auf Sithseits, oder was? Ne, ne, auch auf Jedi hier. Da muss der wissen, wie das läuft. Ich renne mich hier ein bisschen aus. Gut, dann kann ich ja immer dich fragen, wenn irgendwas ist. Sigi, was ist das hier? Was ist SIFTOR? Äh, was ist das für ein Spiel? Da! Mein Mikro geht hier grad runter. Von alleine, ne. Wo bist du? Ich? Ich arbeite hier hinten. Ach, da bestimmt. Bei diesen Fleischräubern-Dingern da. Ja. Jaja. Keine Sprinten? Ne. Okay. Das geht nicht. Man kann doch nicht alles verlangen. Allesgleich, ich kann sogar springen, Hammer. Geil. Ja, aber echt, ich hab mir ein bisschen mehr erwartet von dem Spiel. Ich dachte natürlich, dass man jetzt hier megamäßig so mit links und rechts Klick so angreifen kann. Hm. Ja, du kannst die ganzen Skills dann ja noch freischalten, ne. Ach, das geht später sagst du? Ja, das geht. Da siehst du ja unten eine Leiste. Mit hier. Eins bis. Null. Und dann, da geht das, ja. Da geht das. Ich frag mich, warum es bei mir ab und zu ruckelt. Was soll der Scheiß? Was soll das? Ja. Du kannst das einfach nicht so geil wie ich. Steuerung, Grafik. Yes. Ich sammle dir Credits wie so ein Weltmeister. Hm. Heftiger Scheiß. Wie komm ich denn da hoch? Ach, ne. Warte mal. Ähm. Ach, wie ging denn das? Komm, lass mich. Ah, einfach klicken. Äh. Äh, ja. Komme ich jetzt hier? Hallo? Hi. Wie komm ich denn nochmal hier? Ah, hier. Hä? Ne. Hm. Ja, ich hab doch schon mal gespült. Das können wir auch. Auf dem Boden. Ja, wie kann ich denn jetzt fahren, Mann? Ich will hier da. Hm. Du, ich weiß es nicht. Warum kann ich mich nicht mehr bewegen? Ich kann jetzt mit BASD die Kamera drehen. Das ist schön. Das ist natürlich auch mal nicht schlecht. Haha. Ich glaube, äh. Kann ich jetzt hier mit einem reden? Hallo, hallo, hallo? Ne. Erinnerung. Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Oh. Oh. Ich schwebe. Haha. Ich sitze hier einfach nur. Ich bin in keinem Fahrzeug. Ach, jetzt kommt das. Haha. Ist auch schön. Die Aufnahme will ich sehen, ey. Die Aufnahme musst du sehen. Ja, ein Greiter und besiege Fleischrauber. Endlich. Go, 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 go. Wo bist du denn? Ich dachte auch, dass man die Gleiter selber fliegen darf. Deswegen habe ich erst W gedrückt, glaube ich. Hm. Oh mein Gott. Ich glaube, hier lädt irgendwie einiges nicht. Hier ist ein blaues Laserschwert. Das ist... Da auch. Hast du gerade 36 verfehlt? Was? Kämpst du ja gerade. Ne. Ich suche mein Questziel. Komm, lade doch! Ladet oder lädt doch? Ne, ladet doch. Don. 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 Hier die Wachmann. Warum lädt der bei mir die Leute hier nicht? Was ist denn das für ein Sir? Jetzt bagge ich hier fest in dem... Ach, jetzt lädt er. Was ist denn das für ein Sir? Was ist das? Du hast den Server ausgesucht. Aber wenn bei dir was nicht klappt, ist es der Server, ne? Genau. Man. Ja, ich bin in dem Jedi drin. Aber ich kann auf der Stelle laufen. Ich... Du bist in dem Jedi drin. Mhm. Komm mal zurück zu der Treppe da. Freie mich. Nein. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Reinspringen. Ich sehe hier ein paar Leute. Was soll ich machen? Are you crazy people? Selbstprüfung. Ja, das kenn ich auch. Das ist ne Beste. Kann ich die angreifen? Ne. Na, ich komm immer noch nicht raus. Oh, Marvin, Marvin, Marvin. Schnell reise. Ich reise einfach schnell wohin. Ach, ich seh dich sogar. Ach. Du siehst mich. Ja, jetzt bin ich weg. Wo siehst du mich denn bitte? Warte, jetzt bin... Ach so. Okay. Äh. Bin ich hier? Weißt du auch nicht, wie ich heiße? Film 909? Nein. Ah, jetzt geht's, jetzt geht's. Jetzt geht's. Aber nice. Hier ist ein Profeta. Aber ich glaube, das bist nicht du. Du siehst du übrigens auch aus. Was? Ja, ne. Wo läuft denn? Ja, was denn? Bist du das jetzt oder... Ne. Nein, ich bin... Ich seh dich überhaupt nicht. Wie heißt du denn überhaupt? Das ist die Frage. Ach komm, sag jetzt. Du musst mich finden. Aber du bist noch auf dem Feld hier. Bin weiter hinten. Weiter hinten, okay. Korrekt. Jetzt greifen mich diese Vollidioten an. Och. Ach komm, Fleisch drüber. Ah, wär lecker. Oh, liegt hier ein toter Jedi? Oh, schlicht. Ach ja, das ist schon einige Zeit her, wo ich das gespielt habe. Das waren Zeiten. Du, hab ich 30... Ne. 30 Euro für das Spiel ausgegeben. Und dann 20 Euro für ein... Oder drei Monate... Spielen. Jetzt mal was ganz wichtiges. Kann man nicht tanzen in dem Spiel? Ne. Leider nicht wie bei LOL. Glaube ich jedenfalls. Ich weiß es nicht. Das ist ja geil. Wie bei LOL. Nicht tanzen wie bei LOL. Ja, Alter. Ich spiel LOL. Kack-Game, Alter. Bist du... Bist du... G-Tandos? Nein. Bist du der davor? Der davor läuft? Nein. Bist du... Ich glaub das ist die von dem Spiel hier. Anchi. Gruppeneinladung. Nein. Anchi-San. Hatte ich einer Gruppen eingeladen. Anchi-San. Anchi bin ich nicht. Nö. Will ich nicht. Komm ich dich. Ach du. spiritu... verletzteig. Schnell. Schnell. Geil. Ich öffne. Schnell.